Guten Tag, hier ist mal wieder Nessi auf Live in der Woods. Jo, so, heute will ich mein Lager ein bisschen ausbauen und mal sehen, wie weit ich kommen tue. Jo, okay, muss ich jetzt langsam machen. Es hat keinen Sinn mehr. Ich weiß nicht mehr, wohin mit alles. Okay, dann bis gleich, nach dem Endrock geht's los. So, mal gucken, was ich alles noch habe. Habe ich noch Holz? Ja, Holz habe ich. Axt habe ich auch noch. Gut. Den Moment, jetzt sind wir mal fertig. So. So, kann ich jetzt noch ein paar Drohnen noch mal? Gut. Gut, mal gucken, wie viel. Ach, Stück, ich mach noch mal. So, fü- äh, habe ich noch so viel. Okay, ich mach noch. Okay. Hey, hallo? Bleib da. So. Okay. Mal gucken, wie viel ich kriegen tue. Dann muss ich mal schauen. So, okay. Wie ich das am besten machen tue. Krieg ich mal vier Stück. Gut. So, jetzt können wir jetzt mal rausgehen. Okay. Ich hab noch eine Spitzsacke. Ja. Hab ich noch. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Okay. Okay. Ich hab das hier alles gemacht. Und muss mal gucken, wie viel ich das nachher machen tue. Beleuchtung. Ich muss ja noch anschließen. Ich mach dahinter keine... Keine Räume mehr. Nein. Oh, Mann. So. So. Gut. Okay. Okay. Soviel fehler habe ich dann erst mal zwölf Stück. Okay, hier kommt nur das Material rein. Was ich haben will, die Stein und oben kommt wieder zu. Und dann kann ich da das ... So, tut hier alles noch zu machen? Gut. Aber ich muss noch was machen. Ich brauche einen kleinen Schacht. Mehr mag ich da nicht. Ja und hier kommt das ganze Baumaterial rein. Sieht jetzt so ok aus? Oder soll ich noch eins höher machen? Ne, ich muss da die Flacken an. Wir fackeln da irgendwie da rein. So. So. Ok. Jut und dann macht das ganze Material. Hier kommt ein Stein rein. Jut. Ok. Ok. So. Stein, 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 Stein. Ok. So. So. Ich bin hier ein bisschen aufgeräumt. Wird jetzt hier. Moment mal gucken. So. 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 Pflanzen kommen hier unten. So. Schon wieder voll. So. 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 Wollen wir mal gucken, ob ich noch alles habe? Hallo? Sagst du das? Doch, nee. Oh, du sollst da rein, genau. So. So. Du kommst da rein. Oder das Marmor. Das Marmor kommt dann hier rein. So. Und dann Sittag da unten hingemacht. Okay. Ach mann. Bist du Sittag da mal halbselber? Ach nein. Noch was anderes. Das Marmor wird. Aha. Und das Kies. Kies muss noch nicht da rein. Jut. 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 Nein, das habe ich auch noch nicht gehabt. Das ist Kupfer, das bleibt. So, das mache ich da oben hin. So, das mache ich mal wieder raus. Ich mache doch mal hier rein. Gut. Ah, es hackelt wieder. So. Mal gucken, was ich noch finde. So, hier ist noch ein Stein. So, und hier jetzt weiter. Okay, ich bin auffallen. Gut. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Ach, wieder Marmor. Boah. Was ist das hier? Oh ja, das steht da unten. Okay. Wow. Ja, da muss ich ganze Menge noch wegholen. Gut. Das ist Marmor. Das ist Erde. Gut. Das reicht mal so. Und so. Gut. Das kommt auch erstmal rein. Das auch. Erde, 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 Erde. Sand, Sand. Das ist der hier nicht gesieselte. Und das hier. Nee, passt nicht mehr rein. Gut. Und weiter geht es wieder. Gut. Gut. Das ist der. Ich glaube nicht. Ist hier noch was? Marmor. Gut. Gut. Und was bist du? Warte und. Dann warst du der Scanner. So. Roter Granit. Der war doch hier. Gut. Sand. Und den machen wir mal hier hin. Gut. Okay. Was habe ich denn noch? Erde und das Kies wieder. Kies habe ich doch hier drin. Okay. Hier hat Erde. Da ist die Erde. Okay. Erde ist auch drin. Was habe ich denn noch? Ich weiß ich gar nicht. Das mag doch mal. Hier hin. Das ist irgendetwas anderes. Aber ich weiß nicht was das ist. Gut. Aber ich muss das so einfach machen. Seht ihr jetzt schon. So. Was habe ich denn hier alles? Okay. Das ist hier Gold. Das ist Zint. Das Zint kann nochmal. Äh. Das Zint kann nochmal hier bleiben. Das ist Kupfer. Das nehme ich mal raus. Das kommt vielleicht woanders rein. Baumaterial. 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 Alles ist jetzt. Baumaterial. Kommt noch. Unten. Baumaterial. So. Cooler. Jetzt noch eine Dingsbombs. Okay. Kupfer bleibt so um. So einschmelzen. So. Halt. Mache ich erstmal hier hin nach der Erde. Mal gucken wo das hier nochmal war. War das hier. So. So. Mache ich mal hier hin. Dann weg. Mache ich eigentlich auch gleich wieder. Aber das macht mein Gelb. Warte, nur ein einziger? Achso, den muss ich mal umschiessen. Sehe ich mal. Mann, sehr gut. Genau. So, Drucken und Birke. Achso, das ist Birke. Achso. Gut, was habe ich denn hier? Stufen? Mal gucken da. Stein hier hin. Gut, was habe ich denn noch? Leiter? So, mal schauen, wo ich die Leiter hinpacken kann. Der Teile ist der Hals. Aber jetzt habe ich doch hier alles gemacht. Ich mache die Leiter erst mal da rein. Äh, Sand habe ich doch hier gemacht. Dann mache ich doch das ganze Glas hier auf ein. Warte mal. Warte mal. Ich schüssel die auch gleich wieder richtig. Genau. Dann kann ich die auch gleich in. Umschüsseln kann ich da immer noch. So. So. Hier kommt das ganze Glas rein. Ist noch was? Ja, Holz. Und Erde. Jut. Ah, den muss oben. Tropenholz. Das mag ich auch hier rein. Ist noch Tropenholz. Tropenholz. Genau. Ne, das. Nein, das ist doch Tropenholz. Ne Leiter und. Ach ja. Eilenchenholz. Dann kommst du hierher. Gut. Okay. Hier, die sind nun so Steine erstmal. Die ganzen Steinsaaten. Sand. So weit habe ich denn noch. Das ist das hier. Was bist du Tropenholz? Du bekommst. Äh. Ich mach dich mal hier hin. Ich mach dich doch mal aus. Ich mach doch hier unten hin. Ja. Ja. Das hier. Kann jetzt mal auch weg. Genau. So. Noch irgendwas. Ja. Hier. Machen wir Steine. Mach dich mal. Hilfe. Warte mal. Gut. Gut. Hier ist nur einmal das. Gut. Wir gehen jetzt mal wieder nach oben hin. Mal gucken, was ich noch abfinden tun. Ich bin schon wieder dunkel geworden. Oh ja. Es ist dunkel geworden. So. Hier sind nur Pflanzen. Hier ist noch einmal das. Noch einmal Glas. Was ich umschüsseln muss. Auch noch einmal Glas. Stufen. Bist du denn Schneebälle? Nee. Noch einmal Stufen. Ah nein. In meinem Rucksack ist ja auch noch was drin. Das fällt mir jetzt gerade ein. So. Hier ist Gold. Mal raus. Gut. Salz. Jetzt kommt... Na ja. Mal unten irgendwas. Diamanten. Diamanten. Gut. Gut. Jetzt war's erstmal. Mit. Mit. Halt. So. Das kommt da rein. So. Glas. So. Na mal Schüssel. Ich hab da irgendwo mein Glas gehabt. Ach hier. Gut. Gut. Okay. Unten kommt Essen. Ne. Ich pack das mal. Ne. Hier kommt das. Hallo. Ist ja gut. Jut. Jetzt hab ich das. 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 Jut. Ehm. Zwar geht mal. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal in den Umhals habe. Dann kann ich mal schon ein paar Gäste ausleeren. Alles mal in reine Sorte machen, die ganzen Flasen. Genau. Dann habe ich das mal weg in eine Kiste. Das Salz? Nee. Da ist nichts drin. Ja, was auch gemacht wird. Oh, es ist sortiert. Ach, da sind noch eine Stufen. Äpfel. Ja. 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 Das ist okay. Weiß ich nicht, was das ist. Ach so. Ach so. Jetzt bin ich auch noch mit da rein. Ja. Ja. Ich hab das ja endlich mal geschafft. das hier ein bisschen aufzuräumen. Nur Obo pflanzen? Ja, Apple. Moment. Apple-Bappen? So, äh, Apple. Äh, Moment. Ich nehme mal den hier mit. Da war da irgendwas. Da kann ich doch irgendwas machen, oder? Nee. Irgendwas war da noch. Warte. Mit Eich? Äh, rückt noch irgendwo Bäume? Nein. Ah. Mit Eichen? Ich... Eiche. Gut. Aber wenn ich mit machen tun, dann liegt mich noch ein bisschen lang. Warte mal. Und dann nehme ich noch... Äh, hier. Habe ich ja auch noch. Dann kann er schön wachsen. So, wir gehen auch unten. Warum geht hier lang? Wann hier besser ist. Gut. Okay. Wo pflanze ich den ein? Pflanze ich den lieber hier ein? Ja. Das habe ich auch gemacht. Genau. Fällt mir jetzt gerade ein. Oh ja. Hier macht mein... So. Mein erster Apfelbauch. Da müssen jetzt die Äpfel wachsen. Genau. Oh. Gut. Ich muss die Magie strecken. Gut. Ich muss die Magie strecken. Dann gehe ich mal langsam nach Hause und wieder nach oben gehen. Dann mache ich langsam Schluss. Ja. Das nächste Mal ist mein Haus weiter. Genau. Gut. Ich verabschiede ich mich jetzt hier. Und... Sag erst mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Nessi. Tschüss.